Nein, ich will nicht mit dieser Waffe spielen, aber man, aber ich muss. Und wir haben sogar nochmal Sniper im Team und alle sind Stufe 50, außer ich und ja, so schlecht ist die Waffe nicht. Ich habe die schon mal benutzt gegen Powerplace, da war sie relativ gut. Aber ob die jetzt hier im Standardkampf gut ist, das kann nichts werden. Hauptsache wir werden Stufe 20 in diesem Part und die haben auch einen Sniper. Schade. Hä? Hä? Okay, der geht ab, der geht ab. Das ist nur die Algenversion. Alles, ob der einfach drüber springt, Joe. So ganz Batman-haft. Läuft bei dem und wir brauchen irgendeinen guten Platz. Warum ist eigentlich fast immer Angelbit? Das war Zufall. Gut, dass wir Bombenmage haben. Was? Nee, kein Betrug. Ja. Also. Frisst das. Und es hat irgendwie nichts mehr an was gebracht. Aber wir sind noch nicht so oft gestorben. Weg. Was? Nee. Ich weiß nicht, wie die Wasabi-Kleckse immer so gut treffen können. Aber das ist ein bisschen blöd. Ja, guck. Die Gegner sind eh wieder alle down und... Passt doch auf jeden Fall, ne? Ich bin glücklich, dass es mal keiner dabei ist. Wieder ein Part ohne irgendjemand. Ich... 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 Ich nehme viel zu viel mit Powerplace auf, Leute. Ich muss mal ein bisschen weniger mit Powerplace aufnehmen. Das ist ja voll schlimm. Die ganze Zeit für Powerplace eigentlich... Okay. Läuft bei dir. Ja gut, der ist viel besser als ich im Sniper. Ich benutze eh kaum Sniper und... Deswegen ist es natürlich jetzt ein Nachteil. Aber das fährt nur um. No problem. Natürlich reicht die Reichweite nicht. Oh Gott. Ich... Hab... Hier... Schiss. Ja. Der kann schneller als ich aufladen. Genau. Das ist... Das ist fair. So die gleiche Waffe, aber... Lückt ja keinen. Ja. Nein. Wir haben verloren. Als ob jetzt. Oder? Das schaffen wir nicht mehr. Dieses Inferno hat's gerettet. Dieses Inferno hat's gerettet. Ja. Stufe 20. Max? Petrug? Hä? What? Ach. Die Lobby ist auch mal voll geworden. Holy shit. Ich war's glaub' 5 Minuten am warten. Und... In den letzten 5 Sekunden... Wir haben es nicht drast... Das... Warum sind alle Sniper, Alter? Das gibt's nicht. Sobald ich einmal sniper, dann haben alle Sniper. Ja, ne? Ich war das so 5 Minuten und in den letzten 5 Sekunden kommt einfach noch der letzte. Das war heftig knapp gerade. Ey, das gibt's nicht. Ja. Auch gekillt. Das war gut. Und ey, das ist so... Das ist so ein Witz. Das im Standard-Kampf keiner Standard-Kampf spielt. Wenn ich aufnehme. Aber egal, das ist der letzte Standard-Kampf. Dann geht's rüber zum Ragen. Ja, wahrscheinlich. Wenn's gut läuft, werden wir... A-. Ja. Ein Schlechter läuft nicht. So. Wie, die... Äh... Ich weiß, ob die Gegner vorne sind. Ja gut, da geht gerade einer zu uns, oder? Ne, doch nicht. Ja. Nein, da ist nochmal einer. Schade. Aber wir haben wieder einen gekillt. Das ist gut. Ja, aber was soll ich gegen zwei Sniper? Ich muss halt da irgendwie rüber, ne? Ich färb das hier einfach wieder. Das war nicht. Digga. Will er mich trollen? Okay, der hat mich gerade echt... Oh! Ich hab den gesehen, aber dass der auf mich reagiert hat, ich hab jetzt nicht gedacht. Aber jetzt kann ich endlich da hoch. Und sie schnell umfärben. Ich kann ja hier gut einfärben mit meiner Sniper. Alter! Alter! Okay. Wer ist jetzt nicht gestorben, ey. Aber da ist schon 50 mit Carbon-Roller. Das geht nie gut aus. Aber es sieht gut aus für uns. Ja. Nein! In den letzten drei Sekunden sterbe ich in letzter Zeit. Das ist so schlimm. Ja, das haben wir aber gewonnen. Hä? Wie bitte? Das ist ein Witz. Leute. Wir haben doch gewonnen. Das ist so schlimm. Oh, nee. Warum bin ich eigentlich immer noch... Hä? Was ist denn los? Ich geh mal kurz raus in den Rangkampf und hoffe mal, dass ich dann weitere Stufenaufstiege machen kann. Ah! Du hast Stufe 20 erreicht. Absolut cool. Als nächstes kannst du nun noch höhere Stufen erklimmen. Der Stufenaufstieg funktioniert ab jetzt allerdings etwas anders. Im Standardkampf erhältst du für die 200 Punkte gefördten Bodens plus 1, bei 400 plus 2 und für einen Sieg nochmal 3. Damit wird es nun wichtiger, nicht nur zu färben, sondern auch zu zu siegen. Im Rangkampf gibt es pro Minute, die dein Team durchhält, plus 1. Für einen normalen Sieg gibt es zusätzlich plus 3. Die Punkte fürs Durchhalten haltet ihr es selbst, wenn dein Team verliert. Für einen K.O. Sieg gibt es direkt plus 10. Geld verdienst du auf dieselbe Weise wie zuvor. Schau alle 5 Stufen für eine Belohnung beim Niedsrichter vorbei. Ja, okay. Jetzt können wir... Plus 24 wahrscheinlich, ne? Da gewinnen wir dreimal und sind schon für 21. Easy. Ja, aber Turmkommando... Das wird was. Geht doch. Im Rangkampf geht es ja alles schneller. Ha, schon Siedlung. Das ist wenigstens besser als Steinküller. Und diesmal bin nur ich der Sniper. Und von den Gegnern gibt es auch keine Sniper. Dann kann ich in Ruhe snipen. Das finde ich gut. Wir haben sogar nur eine Blase. Das ist auch ganz okay. Wir haben sogar einen Turbo Blaster. Ja, das passt. Und dann noch den Suka. Mit dem Tent Attack. Und dann... Haben wir das Ganze auch gerissen. Wenn ich halt nur mal treffen würde. Jetzt sind alle Gegner dauernd. Jetzt könnte ich da rauf. Fuck. Ja! Den habe ich geil gekillt, oder? Nein! Nein! Das kann ich auf mich gestoßen, aber egal. Kommt schon, Mann. Bleibt doch ein bisschen drauf. Kommt schon, Leute. Jetzt viel bessere Waffen. So, jetzt sind alle wieder weg. Oh mein Gott. Wow! Digga! Jetzt sind wieder alle von meinem Team down, oder wie? Ich habe gerade einen aus Zufall gekillt. Das finde ich gut. Ah, was will ich mit Bombenhage? Das hat nie funktioniert. Wenigstens sind wir ein bisschen weiter. Ja! So. Jetzt aber. Ja. Ja. Ganz genau so. Nice! Ja, ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Alles, ob da eine Bombe ist! Ja! Leid, nice. Geh doch auf den Turm, wenn du schon drei gehst. So ein Nappen. Jetzt hätten wir K.O. Sieg. Ja, natürlich bin ich nicht auf den Turm. Ich gehe auf den Turm, ich gehe auf den Turm, ich gehe auf den Turm. Ich habe wieder gekillt. Nein! Nein! Das gibt es nicht. Warum ist der nicht auf den Turm gegangen, wenn er schon drei killt? Kann mir das mal hier irgendjemand erklären? Gott, doch, das lebt. Aber das ist doch wirklich Betrug. Das ist sogar ein ganz guter Punkt, aber jetzt kommt der Wetten zu mir. Der will doch extra wegen mir da hin! Der ist ja voll das Arschloch! Digger! Ja, mein Team, jetzt die Regeln, das mit dem Turm. Aber ich gehe da wieder drauf, ne? Ich hoffe, das ist ja für dich okay, du Gegner, du. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt wollte ich gerade springen und ihr seid alle tot, oder wie? Wo sind die Gegner? Ich fühle mich hier alleine. Ba, 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 ba. Ja, bester Punkt, ihr wisst. Eis ab. Äh! Ja! Ich gehe gerade her. Es war gerade unnötig auf 50. Es war ein Fehler. Ja. Die gewinnen, das ist aber nicht mehr, ne? Das schaffen wir noch, ne? Oder, oder? Ja, doch, ich gehe auf meinen Sniperpunkt und dann... Ja. Das haben wir... Das haben wir geschafft. Ich habe gesagt, das haben wir geschafft. Ich habe gesagt, das haben wir geschafft. Ich habe gesagt, das haben wir geschafft! Danke. Danke. So. Passt. Kaputsch kapum. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Wir haben es geschafft und haben bloß 10... Ba, bam. Stufe zu 21 sind wir auch bald, lol. Und da ist es auch schon passiert, Steinköllergrube. Turmkommando. Okay, aber Sniperpunkt gibt es auch einen guten. Ja, wir haben wieder einen Blaster und die Gegner haben wieder keinen Sniper, das ist gut. Aber die haben Galoon und so. Das könnte noch gefährlich werden. Egal, ihr geht auf den Turm und ich gehe auf meinen Glotz. Und killt alle Leute. Sofern es welche gibt. Hätte ich genug Reichweite, wäre das ja auch nicht schlecht. Habt gekillt. Hallo? Ihr habt es auch selber gesehen. Verpiss dich. Nein! Ey, das was ist denn das? Jetzt kacke ich heftig. Weg! Oh, jetzt bringt es was auf den Platz zu gehen. Aber wenn ich hier wegen dem Scheiß, wie ist man nicht vorwärtskommt? Das ist gut. Ja. Er muss... Mann, mein Team ist unfähig. Ja, mein Team ist unfähig. Mann! Nicht aufregen. Das ist doch so ein Witz! Was soll ich mit so einem Team, ey? Ich kann kein Turmkommando. Ich hasse es mir mal. Es steht die Pest. Natürlich werde ich nicht am Minus so schnell. Ja, mein Team besteht aus Stufe 50ern und geilen Waffen. Und ich bin natürlich so blöd dafür. Ja, Minus 12. Das ist sehr fair. Ich bin nur das Schlechteste von der Stufe her. Ja, plus 1 ist auch gut. Ja, passt. Dann machen wir jetzt noch einen Kampf und dann reicht es mir auch. Ja, schauen Sie lang. Das ist gut. Das ist geil. Und ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt gewinnen. Und wenn nicht, ist es Betrug. Nicht. Jetzt haben wir aber gute Waffen. Ja, und die Gegner haben natürlich jetzt einen Hyper. Wahrscheinlich, die waren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Leute. Danke. Hä? 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 Mit jemandem den Kegel klaut. Das ist ja unfair. Hä? Was? Mit jemandem den Kegel klaut. Okay. Okay, so ist es gerade nicht sogar... Ja, genau. Die treffen einfach beide nicht. Die haben wir jetzt eingekillt. Und das wollte ich nicht, weil es eigentlich springt. Die werden nicht springen. Und das coupe ich nicht. Was ist denn? S Destock. Alles klar. Was heißt denn? Es ist das? Was sagt denn? Was sagt denn? Alles klar. Ja, endlich, Alter. Ja, ich sterb so schnell. Wahrscheinlich, Digga. Ja, ich brauche eine Schuss. War für mich heiß. Und der nächste Partei ist auch noch mit einem Tintenwerfer. Das ist natürlich auch sehr geil. Und ja, stimmt. Was ich auch noch sagen wollte. Ich habe Bock, irgendwie. Ich habe jetzt viel mehr Boxbeton aufzunehmen. Ja, so nicht. So nicht. Ich habe viel mehr Boxbeton, um hier aufzunehmen. Ich will das so wie öfter bringen als sonst. Gibt es nicht mal irgendwann eine Waffe mit Schuss oder so. Ja, schock mich halt runter. Loll! Bitte, ich brauche Tintel. Warte, warte, ich helfe, ich helfe. Ich helfe. Ha! Was rutscht denn da da runter? Ja, warum haben die ja nicht so viele Eupho hin? Mann, mein Team ist huhnfähig. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Haben wir es, 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 haben wir es. Komm her, At Inferno! Ja! Nice! 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 Geht auf den Turm, Paulus! Paulus! Nice, jetzt haben wir es, 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 haben wir es. Ja. Doch nicht da vorne. Nein! Mann, geht doch auf den Scheißturm! Nein! Ja, geht auf den Turm, kommt! Leute! Ihr seid so unfähig! Ja. Ja. Jetzt haben wir es geschafft, Leute! Chaosik! Ähm, was warst du für diesen Party? Ich hab's heute gefallen, mir hat's nicht gefallen. Und ja. Lasst einen Like da. Wenn's euch gefallen hat, so wie immer, Bewertungen in die Kommentare und ja. Dann. Geht's im nächsten Part weiter. Haut rein! RT-Gamer. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020